Sorry für die letzten komischen Minuten. Ich habe tatsächlich eigentlich was gerade nachgeguckt und habe gesehen, ich nehme immer noch auf. Tut mir leid, aber jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Und Ken möchte mit uns irgendwas machen. Okay, interessant. Warum? Hey! Das ist richtig. Oh, da bist du. Feeling down today, kid. Mind you listening to what this old monk has to say? Those folks downstairs, they're probably around your age, huh? It looks like they're having fun drinking and dancing, but you look closely. Their eyes say otherwise. I bet they come here to relieve stress from the day. But I wonder if any of them are actually enjoying themselves. Stress won't go away unless you deal with the root of the issue. You can put it off, but it'll always come back. This place is more of a refuse than a club to be. Those kids really want to relax. We should switch the music to the Heart Sutra. Hey, there's a microphone over there. Bring it over, kid. I'll perform a live sutra reading. Is that supposed to be really in a good way, or really in a don't-do-it way? No, just talk to talk, kid. Say what you mean and get straight to the point. Ah, forget it. I don't feel like doing it anymore. It's too late to apologize, kid. I've got a kid around their age, you know. My one and only son. I'll be 21 this year. It's a little older than you. A live, that is. You think it's okay to leave the future of this country in the hands of these kids? I mean, what if they all end up like me? Well, it ain't like I got high hopes for the future. Form is emptiness. Emptiness is form. Oh, sorry. I'm done talking now. Go home before it gets too late, all right? I'll see you next time. Das war, dass der Messer hat erst angefangen und es ist schon wieder Vollmond. Was für ein Schatten wohl dieses Mal erscheint. Das werde ich. Wir verlassen uns sogar alle auf dich. Ich kann nur hinter den Kulissen aushelfen, aber ich gebe alles, damit ihr voller Selbstvertrauen kämpfen könnt. Heute Nacht ist voll und ein mächtiger Schatten wird sich zeigen. Ich soll jetzt zum Wohnheim zurückgehen. Man, Chidori war nicht heute in der Station. Das hat sie auch nicht gemeint mit bis morgen. Vielleicht sollte ich wieder schauen. Nein, auf der zweiten Idee. Ich hätte besser gesagt, die Operation ist heute Abend. Hm. Die Operation, hm? Wenn es zu uns kommt, Ah, stimmt. Sie war ja nicht dabei, wo sie uns eingesperrt haben. Chidori. Aber sie gehört ja auch zu Strega, haben wir ja schon gesehen. Ja, irgendwas mit Jumpe passiert. Ist egal, weil wir benutzen ihn sowieso nicht im Kampf. Also es ist nicht egal, aber aus dem... Aber für die Leute, wo Jumpe immer zu einer Gruppe hatten, tut es mir sehr leid. Ja. Ja. Es ist näher Polonium Mall, ich denke. Ich denke, für ein paar Worte, ich kann es nicht ganz feststellen. Ich versuche es nachzudenken. Ist das ein Teil ihrer Macht? Entschuldigung, ich bin auch nicht sicher. Wir haben genug, um zu gehen. Amata, hast du ihn gefunden? Nein, ich kann es nicht finden, Junpei-San. Sein Backpack ist nicht hier, also ich glaube, dass er noch nicht nach Hause ist. Was macht er? Er weiß, dass heute eine Full Moon ist. Ich bin auch nicht ein Signal, irgendwo neben dem Doram. Kann ich noch mehr Zeit suchen, um ihn zu sehen? Nein, es ist okay. Du bist jung. Manchmal ist man einfach in einer solchen Moods. Für jetzt ist es, wir müssen unsere Augen auf den Schatten fokussieren. Wir können nicht mehr Zeit verraten. Wir müssen weitergehen. Los geht's. Entschuldigung. Hat Junpei gesagt etwas über das? Ich habe der Blutbrunnen. Den gibt es hier auch noch. Ich kann es nicht erreichen. Okay, wir können ihn verraten und suchen. Es gibt keine Zeit, um zu verlieren, also wir gehen. Warte! Bitte, ich kann es tun! Das ist, was ich hier für. Was ist vielleicht dein? Ich frag mich das Bewegung dieser Erde so... du kannst. Du sien auf. Was auszunehmen, um den Luft, über die Morne circuit Systems rumziert? Peter riecht nicht. Alles klar. Die Wahrheitδie ich spectrum. Natürlich vereinfacht also. Ja, bin ich sicher dabei Amelia auf Gericht. ig. Keine Ahnung. Das ist... ... ein bisschen... ...web... ... neben uns? Ein Web? Vielleicht ist es mit den alten Kabel auf dem Boden. Nachdem die Islein immer noch zu entwickeln, ist das, wo die Hauptstation der Hauptstation war. Kabel auf dem Boden? Ja. Ja. Ein enormes Kabel auf dem Boden bleiben, in einer Sprawlinge Netzwerk, ähnlich wie eine Web. Also, das ist das, was sie mit ihr? Danke, Aigis. Jetzt habe ich es herausgefunden. Es ist nicht, dass die Kabel interferieren. Die Kabel selbst haben sich mit der Schatten. Sie... Was? Also, alles unter unseren Fuß ist Teil der Schatten. Nein. Keine Ahnung, dass du es nicht konzentrieren könntest. Es ist die ganze Umgebung. Wie... Wie solltest wir etwas wie das machen? Pfff... Räumen auf dem Boden, oder? Au! Alter! Ich kann es nicht glauben, wie leicht es war, dich aufzunehmen. Was der Rest des Team das Oblivious? Pfff... 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 Ich kann es nicht zurückkommen. Das ist nicht lustig. Chidori... Ich möchte, dass du mir etwas machen willst. Ich habe deine Team überprüfen. Du kannst sie mit ihnen überprüfen. Du kannst sie mit ihnen kommunizieren, nicht wahr? Meine Team? Oder? Du kannst sie mit ihnen überprüfen. Mach das, was ich sage. Und du wirst nicht harmlos sein. Alles, was du tun musst, ist, deine Operation abzunehmen. Easy, oder? Und nicht nur die, die heute. Alle von ihnen. Du willst mich, die Operation abzunehmen? Das könnten wahrscheinlich nicht mal wir, wenn wir es wollen würden. Du kannst sie mit ihnen aufhören. Du kannst sie mit ihnen aufhören. Du kannst sie mit ihnen aufhören. Just like that one. Let me see if I can pinpoint it. Uka. Even if we know where it is, we still have to get to it. If it's abandoned, there may still be a way to enter the facility where the cables converge. We'll see. I found it. It's here, in the mall. In here? It's inside a small chamber underground. It's rectangular, so I assume it's man-made. Is it some sort of basement? Wait a minute. I overheard the manager of Escapade a while back. He was saying the power supply has been acting up lately. There was a big outage because of it, that forced them to cancel some important event. An outage? Yeah. Mentioned they remodeled the basement into a control room a while ago. Maybe we should take a look. That's gotta be it! Good job, Yamagishi. Alright. As soon as we're ready, we'll make our move. Hmm. Dann nehmen wir jetzt mal Ken mit. Wurde schon besser, wo er hin ist. Yes. That's the shadow's core. The cables are feeding into its body, so it might use the electricity to attack. Please, be careful. So this is one of those huge shadows. Well, not like it changes what we usually do. I'll help too. This large shadow's arcana is the Hermit. Huh? Watch out for attacks that use the electricity. Hold the trigger. Step first! Persona! The Persona's ready. I have to do what must be done. I have to! Let me use strength! Never this! Ow! I'll go with Naka. Did I scan on this enemy? Analysis complete! I've already scanned this one. Huh? Oh, set! I have to do this. There's time! You ready for this? You're up, caster! Keep it together. Das war's für heute. 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 Oh my god! Das war's für heute. 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 Ach komm, leck mich doch am Arsch. I'll end this. All right, here we go. And with this, you're finished. This is who I am. I'll go, let's go, let's go, let's go. You're in the end this, you're in the end. Will this work? Just watch. This is who I am. You're up, caster! I'll end this. What to do, Persona? Here we go. Ich bin bereit. This is it. See you in hell! This is different from how it's been charging up till now. It's powered up significantly. Everyone, hang in there! Untertitelung des ZDF, 2020 God damn, Alter.